Suchst du Pumps in halben Nummern für festere Füße oder du hast empfindliche sensible Füße, magst aber nicht auf eine bequeme Pumps verzichten, sollst du auch nicht. Desamina produziert ja all diese ganz tollen Bequem-Pumps und das auffällige, perforierte Lochmuster unterscheidet das Modell Daniela von vielen, vielen anderen. Die bekommst du in Blau und Beige und eins steht fest, du wirst den Komfort sofort lieben. Der Pumps Daniela ist in der weiten K-Design, von der Zehenspitze bis zur Ferse, auch für festere Füße, aber besonders anschmiegsam macht diesen Pumps das Obermaterial und Futter aus weichem Leder und in dieser Kombination beider Materialien hat es den Vorteil, dass sich der Schub perfekt dem Fuß anfasst und keine Druckstellen entstehen, der ist innen auch nahtlos gefertigt und das macht den Pumps so interessant für den sensiblen Fuß. Und du stehst natürlich auf diesem weich gepolsterten Lederfußbett und deine Füße dürfen atmen. Mit einer Absatzhöhe von 5 cm stolzierst du wirklich bequem den ganzen Tag herum. Die Sohle ist auch sehr flexibel in der Abrollung und du läufst sicher jeden davon. Seht ihr meine Lieben, es gibt immer eine Grundschuhe zu kaufen, denn das ist Wellness für die Seele. Alles Liebe, eure Bindung.